Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Hat Gott den Lockdown von Liebe beschlossen? Gott hat das nicht beschlossen. Sind wir uns einig, dass in dieser Zeit sein Wort genauso noch gilt? Das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gilt das noch? Lasst uns wirklich unseren Nächsten lieben, wenn er krass anders denkt. Können wir Gott entmachten? Das ist heute mein Thema und ich glaube, es ist ganz herausfordernd. Der eine sagt, nein, 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 unmöglich können wir Gott entmachten. Er hat am Kreuz von Golgatha den Sieg errungen und keiner kann den mehr kaputt machen. Stimmt's? Richtig. Bis auf, wenn wir ihn in unserem Leben nicht wirken lassen, ist seine Kraft in uns machtlos. Stimmt's? Okay. Sind wir einer Meinung. Ja, unsere Kraft, ihr Lieben, im geistlichen Kampf ist nicht größer als unser Denken. Und wir leben in einer Zeit, wo viele viel denken und unterschiedlich denken und denken und denken und denken. Und das Ganze, die ganze Größe Gottes, über die wir eigentlich uns Gedanken machen sollen, irgendwo in den Hintergrund gerät und wir eigentlich sagen, ja, wir sind ja mit Gott unterwegs. Aber ich sage dir nochmal, Gott ist so groß in dir, wie du ihn groß sein lässt. Wenn er für dich der ist, der, wo du jetzt Zeichen und Wunder erwartest, ist er viel größer, wie wenn du sagst, ja, ich glaube schon, dass Gott alles kann. Und er kann es machen, wenn er will und ich freue mich, wenn er es macht. Nein, bist du heute da oder gehst du durch dieses Leben und erwartest Wunder? Gehst du durch dieses Leben und bist bereit, ein Teil des Wunders zu sein für deinen Nachbarn, für deinen Nächsten? Das ist der große Unterschied. Es kann nicht mehr mit dir geschehen, als du zulässt. Gott zwingt es dir nicht auf und schuckt dich auf einmal rein und sagt, guck mal, was ich alles kann, sondern das, was du zulässt. Ich habe gerade diese Woche mit jemandem gesprochen und erklärt und ihm gesagt, wie ich zum ersten Mal Englisch gepredigt habe in Kalkutta. Und da war ich, bevor ich gepredigt habe, zeigte mir der Herr eine Heilung und es war recht spektakuläre Sachen, ein Tumor hinter dem Auge. Und wurde geheilt und dann habe ich mich gefragt, warum nicht in Deutschland? Dann kam eine Heilung nach der anderen, sage ich, ich mache hier weniger wie in Deutschland. Da erkläre ich noch, da predige ich noch, da kommst du nur auf die Bühne und es geschieht. Und dann sage ich mir, was ist da mehr? Ihr wisst ja auch, Afrika und überall haben wir Berichte, wo so viel geschehen kann. Und ich glaube, ein Schlüssel davon ist eigentlich die Erwartungshaltung, was Gott tun kann. Diese Menschen haben keine Möglichkeit, außer ein Wunder. Sie haben das Geld nicht dazu. Und wir, wir können eigentlich ganz gut leben, auch mit unseren Problemen. Zum Teil versorgt uns der Staat, zum Teil die Verwandtschaft und so weiter. Wir haben ein tolles Land, aber ich sage dir, es kann nicht mehr mit dir geschehen, als du erwartest. Und wir sollen ja nicht nur für uns was erwarten, sondern auch, wir sollen ja auch Frucht bringen. Viele Christen denken in dieser Zeit, dass sie mit ihrer Meinung die Welt retten müssten. Und das ist gerade in dieser Zeit. Die Leute meinen mit ihrer Meinung, die sie festgefahren haben und die vielleicht stimmt, vielleicht nicht stimmt, müssen sie die Welt retten. Ich möchte dir sagen, das brauchst du nicht. Das hat schon Jesus getan. Er hat diese Welt gerettet. Wir sollen ein Zeugnis sein, eine Plattform, um diese Rettung zu verbreiten. Und nicht unsere Meinung. Wir sollten eine Plattform sein, um die Rettung dieser Welt zu bringen, die sie in dieser Zeit viel nötiger hat, wie noch vor drei, vier Jahren. Das ist die Botschaft. Bring die Botschaft in die Dunkelheit hinein, damit Licht wird. Das Licht wird. Das ist unsere Aufgabe. In 2. Korinther 10, Vers 5 heißt es, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Und ein Stück später in diesem Kapitel heißt es, ihr müsst zum Gehorsam bereit sein. Du musst bereit sein, dein Denken Gott zu unterstellen und nicht sagen, das ist meine Meinung, die haue ich raus und das muss jeder und jeder muss genau gleich machen wie ich und so weiter. Das steht nicht so in der Bibel. Unterstell dein Denken Christus. Ja, nie zuvor, ihr Lieben, nie zuvor war die ganze Welt in solchen Schwierigkeiten, wie wir sie derzeit erleben. Und ihr Lieben, was mich wirklich bewegt, woher kommt die Lösung? In dieser Zeit bekämpfen sich leider Christen und sie bekämpfen sich und sie spalten sich, weil sie Meinungen haben. Und keiner respektiert dem anderen seine Meinung, sondern jedem seine eigene Meinung ist die absolut richtige Meinung. Und jeder untermauert das auch noch mit Bibelfersen. Und ja, haben wir einen Gott, der nicht mehr alles im Griff hat? Sagen wir, oh, diese Welt ist so durch, wie kann Gott das zulassen? Dann kommen die Worte Endzeit und so weiter. Ich sage dir, wir haben einen Gott, der immer alles im Griff hat. Und gerade jetzt alles im Griff hat. Was manchmal traurig macht, dass die Christen sich nicht mehr im Griff haben. Und das macht mich manchmal auch wirklich traurig. Haben wir, wir haben wirklich einen Gott, der alles im Griff hat? Das Problem ist eigentlich das Bodenpersonal. Das Bodenpersonal, das sind wir Christen hier, die eigentlich das leben sollen, was uns Gott eigentlich gegeben hat. Ich möchte euch eine Frage stellen. Hat Gott den Lockdown von Liebe beschlossen? Habt ihr das schon mal gehört, dass Gott den Lockdown in dieser Zeit von Liebe beschlossen hat? Den Lockdown für Ehren, den Lockdown für Wertschätzen, den Lockdown für Vergeben? Gott hat das nicht beschlossen. Sind wir uns einig, dass in dieser Zeit sein Wort genauso noch gilt? Das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gilt das noch? Leben wir das noch? Leben wir ein Wertschätzen für jemand, der total Christ ist und total anders denkt? Leben wir das noch? Oder gilt das nicht mehr? Leben wir in dieser Zeit wirklich vergeben? Wenn der andere, wenn wir meinen, der andere denkt komplett verkehrt, können wir ihm vergeben? Es ist so viel Spaltung in christlichen Kreisen und unter den Christen gerade unterwegs. Und was mich so diese Woche so sehr berührt, ist das falsche Wort, so sehr gepackt hat oder ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ist eigentlich, ich sehe nicht, dass Gott irgendwas ausgesetzt hat in dieser Zeit, sondern dass eigentlich diese Zeit eine Zeit der Prüfung ist für die Christen. Können sie wirklich lieben in dieser Zeit? Können sie wirklich den Nächsten ehren? Können sie wirklich den Nächsten, und er muss nicht Christ sein, wertschätzen? Können sie wirklich vergeben? Und mir scheint das Feld so manchen schwer, die meinen, sie müssen diese Welt und ihren Mitbruder und Schwester richten, weil sie meinen, sie haben die totale Erkenntnis und sie müssen diese durchsetzen. Der Teufel arbeitet daran, dass die Menschen ihre Identität verlieren. Und das macht mich wirklich traurig, wenn Christen ihre Identität verlieren und zu einem Richter von Meinungen werden, egal welche Meinung, ich werde heute keine favorisieren, aber egal welche Meinung, es gibt so viele unterschiedliche festgefahrenen Meinungen. Und der Teufel liebt das, wenn Christen ihre Identität verlieren und deine Identität oder eine Identität eines Christen ist, ich bin ein Kind Gottes. Stimmt's? Ich bin nicht der von Gott eingesetzte Richter für die Christen oder für die Welt, sondern ich bin ein Kind Gottes. Das ist mal das Ganze. In Daniel 11, Vers 32 heißt es, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Christen, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen. Wieso können wir uns stark erweisen? Weil Christus in uns ist und wir, die Taten, die Christus möchte von uns, die wir wirken, und das ist nicht Meinungen verbreiten, sondern die Liebe Gottes, dass wir darin wirken und darin sind wir stark. Stell dir mal vor, in dieser Welt, in dieser Welt kommst du mit der Liebe Gottes zu deinem Nächsten oder zu deinem Andersdenkenden und überschüttest ihn mit Liebe, das ist das, was Gottes Wille ist. Das ist das, was Gottes Wille ist in dieser Zeit. Aber ein Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Wenn die Identität verloren ist, herrscht die Vielseitigkeit. Und wir haben in unserer Welt eine Vielseitigkeit in Meinungsbildung, wir haben eine Vielseitigkeit in Politik, eine Vielseitigkeit in Werte, eine Vielseitigkeit in Moral und es ist die Regel, jedem ist alles erlaubt. Das ist ein Volk, das seine Identität verloren hat. Ich habe eine Identität, ich habe einen Vater im Himmel. Ich habe einen Herrn Jesus, der für mich von den Toten auferstanden ist, der mir meine Schuld und Sünde vergeben hat, wenn ich es ihm gebracht habe und ich bin Besitzer des Heiligen Geistes, wenn ich Ja zu Jesus gesagt habe, bin ich Besitzer des Heiligen Geistes und der Geist Gottes möchte durch mich, durch dich, anderen dienen. Anderen dienen. Und das Verlassen der Identität und jeder darf, was er will, das ist wirklich eine zerstörerische Kraft. Keiner ist aber trotz der Vielfalt und trotz der Freiheit, wie es die Menschen da nennen, ist aber trotzdem keiner mit den Ergebnissen zufrieden. Wir sind politisch unzufrieden, wir sind moralisch unzufrieden, wir sind mit allem Möglichen unzufrieden, weil es führt nicht zu dem Ziel, was eigentlich ein jeder will und das findest du nur in Jesus. Nicht in der Kirche, nicht in der Religion, sondern nur in Jesus. Meine Identität ist wirklich Jesus im Herzen und das heißt, ich, egal was um mich ist, ich liebe meinen Nächsten. Egal was um mich ist, ich ehre meinen Nächsten. Egal was um mich ist, ich wertschätze meinen Nächsten. In der heutigen Zeit verlieren viele, viele leider die Identität und ich möchte uns alle auch mal heute Morgen ja, ein bisschen wachrütteln. Ist deine Identität noch wirklich zentriert, zentriert die Liebe Gottes im Herzen den Menschen weiterzugeben und so viele meinen, ihre begründete Meinung, wo sie Beweise dazu haben, wo sie sich sicher sind, das ist die richtige Meinung, dass das die Wahrheit ist. Das ist eine heiße Sache, seine Meinung als Wahrheit auszugeben. Was die Wahrheit ist, ist das Wort Gottes. Richtig. Aber wir müssen da wirklich aufpassen und dann gibt es die andere Seite, die genauso Beweise hat und alles Mögliche, baut sich Teile von Bibelfersen zusammen und genau dasselbe und diese andere Seite, auch Christ, sagt, das ist die absolute Wahrheit. Jetzt steht Wahrheit gegen Wahrheit. hat Gott in dieser Zeit mehrere Wahrheiten erfunden? Nee. Unsere beschränkte Erkenntnis in dieser Welt können wir nie als Wahrheit verkaufen. Wenn einer da ist, an den wir glauben, der sagt, ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Und? Das Leben. Und Wahrheit und Leben, ihr Lieben, das ist das, was wir heute brauchen und die Wahrheit machen nicht die Menschen, sondern die Wahrheit ist in Jesus. Jede Seite begründet der Meinungen, ihre Haltung und es ist richtig, dass jeder eine Meinung haben darf. Es ist schlimm, mit Leuten zusammen zu sein, die ihre Meinung ändern, wie sie gerade was hören. Nein, wir brauchen eine Meinung. Aber wir brauchen auch eine Offenbarung, was die Wahrheit ist und wir haben, das ist dann zum Teil aber auch die Wahrheit für dich persönlich. Und es gibt für jeden persönlich persönliche Situationen und ein persönliches Leben. Wir können nicht alles pauschalieren, dass das das war und das falsch ist, sondern jeder ist ein Unikat und das müssen wir respektieren. Aber ohne Liebe entmachten wir Gott in unserem persönlichen Leben. Wenn wir sagen, das in dieser Welt, ich muss bloß noch, nur noch das ist richtig, nur noch das ist richtig und alles andere ist falsch. Wo bleibt die Liebe? Du entmachtest, darum habe ich diesen Titel gewählt, wir können Gott entmachen, du entmachtest Gottes Liebe in dir. Du gibst sie nicht mehr weiter, sondern wirst zum Ankläger, zum Verurteiler und die, die die Bibel stellen, immer zitieren, die wissen auch die Bibelstelle, wo es heißt, dass das Sünde ist. Lasst uns nicht da mitmachen. Möchte ich euch wirklich anflehen. Lasst uns erfüllt sein mit der Liebe Gottes. Für Menschen, die vielleicht nicht kapieren oder Menschen, die verhärtet sind, aber lasst uns wirklich unseren Nächsten lieben, wenn er krass anders denkt. Wir könnten keine Sozialarbeit machen in Indien und so weiter, würdest du sagen, den Glauben, da gebe ich keinen Cent hin. Wir lieben diese Menschen und durch die Liebe finden sie zu Jesus. Aber nicht durch ihren Glauben, den sie in Indien haben. Das kannst du nicht unterstützen, weil das ist so konträr zum christlichen Glauben, aber wir lieben diese Menschen, die noch in ihrem Glauben sind und durch die Liebe werden sie zu Jesus geführt. Und das ist wirklich das, was wir auch in unserem Land tun können. Wenn ich meine Identität in Jesus kenne, lasse ich auch konträre Meinungen stehen. Sag, ich denke anders und kann auch sagen, ich weiß, dass es anders ist, aber ich lasse es stehen. Und, ihr Lieben, das stehen lassen, das ist das Biblische. Jesus kam auch zu Menschen, die total anders gedacht haben. Wir waren Gatterer. Oh, Herr, geht, du machst hier alles kaputt, die Schweine sind schon kaputt, geh wieder vor. Jesus hat sie nicht beschimpft und hat gesagt, ihr liegt total falsch, lasst doch, lebt doch mit euren Dämonen, wenn ihr wollt und ihr geht unter die Hölle und da. Nee, Jesus ging dann und ging an den nächsten Platz. Ich sage dir, wirklich, lass den anderen stehen mit seiner Meinung und liebe ihn. Liebe ihn, wertschätze ihn. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Es steht nicht in der Bibel, liebe alle Gleichdenkenden. Oh ja, ich glaube, da haben wir Probleme. Wisst ihr, wenn es da steht, liebe alle Gleichdenkenden. Ja, eine Lösung. Ich sage, komm zurück zu deiner Identität. Wieder ein Kind Gottes, das lieben kann, das wertschätzen kann, das wirklich auch seinen Kindern, die alles verkehrt gemacht haben, die dich beschimpft haben und die alles, die alles, wo du gesagt hast, nie mehr, mit denen rede ich nicht mehr. Auch wenn sich noch nichts geändert hat, du sollst sie nicht verurteilen, du sollst sie nicht hassen. Sünde, du sollst sie lieben. Du sollst sie wertschätzen. Es sind Geschöpfe Gottes, aber die laufen falsch, drogensüchtig und die sind wirklich im Fein verschrieben. Ja, bete für sie. Und wenn du für sie betest, liebst du sie. Du betest nicht für was, wo du hassen tust. Bete für sie, das ist auch Liebe. Und so viele binden sich, weil sie Verwandte oder Menschen hassen oder verurteilen und sie merken nicht, dass sie die ganze Kraft Gottes in ihrem Leben eigentlich entmachtet haben. Dass sie nur noch die Bibeltexte kennen, dass sie nur noch christliche Phrasen kennen und die, die um sich hauen, aber keine Wärme mehr da ist, keine Kraft mehr da ist. Sie erwarten in ihrem täglichen Leben nicht, dass Gott ein Wunder tut, dass Gott ihnen begegnet. Wir sind geschaffen, einzigartig zu sein. Wir sind nicht geschaffen, eine einzigartige Meinung zu verteilen, sondern einzigartig zu sein. Und da kann es sein, dass für eine Lebenssituation für jemand von hier Gott eine andere Lösung hat wie für deine Lebenssituation hier, weil es was ganz anders sein soll. Wenn aber dasjenige von hier sagt, bei mir hat das ganz, ganz gut funktioniert, so muss es sein, dann kann es bei dir anders sein. Und ihr Lieben, wir sind so individuell von Gott geschaffen, Gott sei Dank. Und ihr Lieben, und von dem her brauchen wir uns nicht um die Unterschiede uns zu kümmern, sondern um die Gegenwart Gottes. Denn die Wahrheit kommt immer noch von ihm. Und es wird von ihm keine zwei unterschiedliche Wahrheiten kommen, da muss dann irgendwo was falsch sein. Gott entscheidet sich nicht irgendwo anders. Uns geht es manchmal so, also wenn ich 30 Jahre zurückdenke, da habe ich über manche Sachen ganz anders nachgedacht. Und dann habe ich irgendwo Erkenntnis bekommen, zum Beispiel Israelreise. Ja, du denkst über Bibel nach, du denkst über bestimmte Themen nach und hast dich festgefahren. Du kommst nach Israel und dir wird erklärt, wie das früher war und sagst, das gleiche Wort, das du liest, sagst du, wow, das verhält sich ja ganz anders, wenn ich die Zusammenhänge kenne. Ihr Lieben, unser Leben ist ein Stückwerk. Auch wenn man hier vorne mit Mikrofon steht, kann hier keiner sagen, er ist vollkommen und er weiß die ganze Wahrheit. Nur Gott kennt die Wahrheit. Aber wir dürfen uns nicht anmaßen, mit unserer geglaubten Wahrheit andere zu hassen, die anders denken. Die ganze Welt ist zurzeit entmutigt und ratlos. Wo sind die Christen, die das nicht sind? Da gibt es so viele, die sind genau, du kannst sie nicht mehr unterscheiden, außer sie sagen es dir, dass sie sind. Genauso entmutigend, genauso ratlos. Ihr Lieben, wir haben eine Quelle. Wir haben eine Quelle, die uns jeden Tag Rat und Tat zur Seite steht. Das heißt nicht, dass wir nicht mal ratlos sind, wenn wir irgendwas entscheiden müssen. Keine Frage. Aber wir haben eine Quelle, wo wir Rat und Tat holen können. Wir haben eine Quelle, wo wir nicht der Welt nachmachen müssen und sagen, boah, ich weiß auch nicht, wie alles weitergeht und so. Das weißt du vielleicht nicht. Aber was du weißt, ist, dass Gott mit dir ein Ziel hat und das Ziel du erreichen wirst, wenn du mit ihm läufst. Glaubst du das? Du wirst es tun, wenn du mit ihm läufst. Und das ist so wunderbar. Kreativität, Integrität, Exzellenz, Weisheit. Ihr Lieben, das sind Früchte, die wir weitergeben sollen. Der Vater hat den perfekten Plan für diese Welt. Wir sind dazu da, ihn umzusetzen. Stimmt's? Wir haben mehr zu bieten als unsere Meinung. Wir haben einen Gott, der Zeichen und Wunder tut. Amen. Amen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Herzliche Einladung zur Online-Gebetsnacht vom Missionswerk Karlsruhe. Nehmen Sie sich Zeit, dem grenzenlosen Schöpfer zu begegnen und von ihm Hilfe zu erbitten. Mit Lobpreis, intensiven Gebetszeiten, Impulsen und vielem mehr. Kommen Sie in den Livestream auf YouTube oder missionswerk.de. Wir freuen uns auf Sie. Musik Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Wusstest Du, dass Du mit Deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns Dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest Du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Musik 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 Musik